Kommunen Bayerische Kommunalpolitiker wollen von heute an die Nürnberger Fachmisse Kommunale 2017 als Podium für einen Erfahrungsaustausch und der Kollegen nutzen. Einen Überblick über die aktuellen gemeindlichen Herausforderungen will der Bayerische Gemeindetagspräsident Uwe Brandt, CSU, dabei am Mittag bei einer Pressekonferenz auf dem Nürnberger Messegelände geben. Begleitet wird die Fachmisse für Kommunalbedarf auch in diesem Jahr von einem Fachkongress des Bayerischen Gemeindetages. Themen sind nach Verbandsangaben unter anderem die Digitalisierung, die Energiewende und der Umstieg auf Elektromobilität.